recht herzlich willkommen bei einer neuen folge von spotlight ich möchte am beginn zunächst unsere gäste vorstellen aus österreich malformation unser gast aus belgien frederick fransois und unsere spitzengruppe aus holland die classic ich weiß sehr wohl dass wir im spotlight immer wieder die aufgabe haben auch österreichischen gruppen zu helfen ich möchte mich bei der gelegenheit bei all den vielen vielen gruppen entschuldigen die wir bisher noch nicht in diesem programm verkraften konnten ich weiß wie schwer es ist gerade in dieser branche ein bisschen populär zu werden und wir sollten eigentlich allen helfen nur ist das eine begrenzte anzahl von sendungen und eigentlich glaube ich tun wir was wir können wir haben jetzt eine gruppe die irgendwo schon die unterste eisschicht durchbrochen hat und etwas an der oberfläche sich bewegt die malformation ein ein Ja, 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 ja! Ja, 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 ja! Ja, 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 ja! Ja, 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 ja! Ja, 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 ja! Ja, 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 ja! Oh, 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 oh. Das war also der Titel Jungle Boy, ein neuer Titel von The New Malformation.